Endlich hat das Warten ein Ende. The Delic Entertainment präsentiert sein neues Meisterwerk. Chaos auf Deponia. Rufus, der ist ganz schön hartnäckig. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Rufus will nur eins, weg von Deponia. Nur blöd, dass ausgerechnet die schöne Goal den Schlüssel zur sicheren Reise in sich trägt. Und dass ein kleines Missgeschick ihre Persönlichkeit in drei Teile gespalten hat. Begleite Rufus bei seinem irrwitzigen Abenteuer auf dem Müllplaneten Deponia. Rufus hat viel dazugelernt. Lerne neue bizarre Charaktere kennen und freue dich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Erlebe spannende Rätsel, scharfsinnigen Humor. Und eine Geschichte, die es faustdick hinter den Ohren hat. Er ist cool, beliebt und lässig, wer kickt, er ist erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Kann Rufus das Herz der schönen Goal erobern und mit deiner Hilfe den Müll endlich hinter sich lassen? Chaos auf Deponia. Jetzt noch verrückter, spannender und romantischer. Hilf mir! Warte! Aus! 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 Es bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet. War das etwa die komplette Geschichte? Ich glaube, es wird eine Trilogie. Aaaaaah! Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Ein Mann ist hier! Warte! Schiff Schiff, we Swingling! Le Brot glass Wами im